Guck mal, was ich ausgegraben habe! In dieser Zone sind Skyländer des Lunders... ...Schein zu Schrecken! Früchte Schlag! Guck mal, was ich nicht? Ja, ja, ja... ...M iss entlang dem Polk! Eure Glockenhof! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Aufstieg. Lüft um die Nage. War gar nicht hier, Köln. Kriegen wirst du mich, Truske. Blomscher besiegt. Stieg eine Magiefange ins Portal, um diesen Schurke zu fangen. Na, was darf es sein? Kannst du eine Abrissschildkröte in deiner Einheit gebrauchen? Ah, Bombe und Bomber. Raus! Jan, dir ist es ein bisschen wie in meinem Panzer. Gar nicht schlecht. Bombshell gefangen. Wie bitte? Ich bin jetzt ein guter? Naja, in der Liebe und im Kampf ist alles erlaubt. Bomben los! Die Verstärkung ist da. Scharfe Bombe. Scharfe Bombe. Scharfe Bombe. Hier geht's in die Sonne! Hier geht's in die Sonne! Damit wir bei dem ganzen Stress immer mal wieder kurz Tampf ablassen können. Hier, ich zeig dir wie's geht. Also, das ist Himmelssteinschmettern. Zum Gewinnen musst du meine Gesundheit auf Null verringern. Das ist ein Himmelsstein. Die Schwerterdinger geben den Schaden an, den der Himmelsstein verursacht. Die Herzen stehen für seine Gesundheit. Dein Gegner beginnt immer zuerst. Shit creep! Na also, sehr schön! Okay, jetzt bist du dran. Wähl einen Himmelsstein. Du kannst deinen Stein an einer dieser drei Stellen platzieren. Setze deinen Himmelsstein hier ein. Nur zu. Versuch es mal. Der Gull da. Super! Jetzt sind die Himmelssteine bereit zu kämpfen. Deiner gewinnt. Er hält aber einen Schadenspunkt. Shit creep! Hunter creep! Kuckuck locker! Oh nein! Ich habe hier keinen Himmelsstein. Dein Stein füllt mir also zwei Punkte Schaden zu. Shit creep! Bruiser cruiser! Sheep Creep Kuckucklocker Ah, jetzt versuch es mal bei den anderen Hilfsköchen Du darfst nur nichts davon persönlich nehmen, was sie sagen Es ist ein sehr stressiger Job Also, Patterson sagt, man kann dir vertrauen Aber es ist schon etwas mehr nötig, um uns zu überzeugen Genau, wir sind ja hier nicht von gestern Ich habe nichts hinzuzufügen, aber ich stimme den anderen Hilfsköchen zu Aber wenn du mich im Himmelsstein schmettern besiegst, denken wir vielleicht darüber nach, dich zum Oberboss zu lassen Shit Creep Shit Creep Der Guldlau Tussle Sprout Treadnought Treadnought Bruiser Cruiser Kuckucklocker Kuckucklocker Wenn das hier vorbei ist, mach ich uns einen Siegersschinden Die Dinger scheinen hier eine schlechte Wende zu nehmen So sieht man sich wieder, Skylander Hoffentlich hast du genug Appetit, denn heute servieren wir dein Menü Chef Pepper Jack Das heißt, wir servieren dich als Menü Nicht, dass wir dir Essen servieren Ich weiß, das ist etwas verwirrend Jedenfalls geht es jetzt scharf zur Sache Mach das Feuer an! Du hast du auch mit den Sch farm vor! Du hast du auch mit den Scharf Hier sind schon mal die Schrocken Du hast du auch mit den Scharf Nämlich Du hast du zu sagen Nichts Es ist egal und du kannst du nehmen Oh, das tut weh. Wir machen hier ein kleines Grillfest. Je schärfer, umso besser. Schalt an den Gang drauf. 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 Oh, das muss ich sagen. Oh, manche mögen schärfer. Was meinst du? Sollen wir das zu einem offiziellen Grillfest machen und ein paar Burger auf den Grill schmeißen? Oh, manche mögen schärfer. 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 Papa Jack besiegt. Oh, manche mögen schärfer. Oh, manche mögen schärfer. Oh, manche mögen schärfer. Ich hoffe, dort gibt es gutes Barbecue. Oh, manche mögen schärfer. 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 Das sieht aus wie ein Erfolg, Prefett. Leider nicht für meinen Erfolg.